So, dann haben wir auch den Putsch erfüllt. Wir fragen mal nach Karriere, dass wir sie überhaupt mal kennenlernen, weil ihnen kennt sie ja noch gar nicht. Wird sie über ein Netzen erzählen? Über Interessen reden? Was macht sie? Was macht sie? Unten schwimmen. Sie geht gleich schwimmen. Hier ist der Pool. Schön. Schön. Ich mag es hier. Ich mag es einfach. Ich mag diese Pools. Ich mag einfach alles daran. Ach, mit einer Oma rede ich jetzt nicht. Wenn sie Vivien los hat. Und kommt gleich mit rein. Was möchte sie machen? Was möchte sie machen? Eine Rückwärtsseite. Okay, können wir gleich machen. In den Pool schwimmen? In den Pool schwimmen? Mit einem Rückwärtsseite. Ich weiß ja nicht, ob das so gut ist. Gleich für den Anfang. Ich denke nicht, dass Eden das jemals schon mal gemacht hat. Aber wir werden sehen. Und Samantha kommt gleich hinterher. Und Samantha kommt gleich hinterher. Sie macht auch einen. Was macht sie? Eine Arschbombe! Hurra! Hurra! Warum bist du denn jetzt wütend? Oh, du bist nass geworden! Wütende Runden schwimmen! Mach mal! Das habe ich ja auch noch nicht gesehen. Wütende Runden schwimmen! Na los! Warum tut sie das nicht? Wütende Runden schwimmen! Eden in den Pool springt mit einer Rückwärtsseite hoch. Achso, sie ist jetzt gar nicht mehr wütend. War einfach mal so. Entspannung im Wasser. Schwimmen ist sehr entspannt und gut gegen Stress. Und... Das wird aber kein Rückwärtss... Even! Ja! Ist das jetzt auch? Warum ist sie denn jetzt traurig? Fehlsprung... Oh! Ich glaube nicht, dass wir das nochmal versuchen. Sind wir noch mal freundlich zu ihr? Komm... Warum hängt das denn jetzt an? Ähm, nach Tagfragen. Tratschen. Sie ist aktiv, okay. Tag für Schöne. Schöne. Nein, der brauchst du nicht plaudern. Ist hier denn noch da? Irgendwie, aber da geht eine Treppe runter. Oh, hier unten sind noch Sachen so zum Umziehen. Okay. Also Umkleidekabinen und Duschen. Das sollte ja in einem Pool auch nicht fehlen. Hier sind so viele Rentner. Ich hatte jetzt irgendwie gehofft, dass hier ein paar junge Leute sind. In der Stadt ist so gar nichts los. Guck doch mal, wie wunderschön diese Stadt ist. Liberty Lee. Guck doch mal, wie wunderschön das ist. Ich meine, es ist wunderschön. Wollen wir uns das mal angucken. Vielleicht mache ich mal ein Screenshot für das Handmaier. So. 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 Screenshot. Fertig. Lombag. Oh, komm. Die gehen schon. Na, pass mal auf. Dann kannst du es mal anspritzen. Dann kannst du es mal anspritzen. Oh. Weder so ein Fehlsprung. Hups. Oh, jetzt sind... Seid ihr doch nicht bösen? Guck. 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 Schön, schönisch sein. Na, das sollten wir jetzt vielleicht nicht. Höheres Level der Geht haben. Guck. Ja, du doch nicht. Schauschwärmen. Befördert werden. Ja, warum nicht? Ich meine, du wirst zwar noch nicht arbeiten, aber... Klar. Jason Phoenix. Hey, ich habe gehört, dass du dich mit Asuka Kuhara angefreundet hast. Das ist ziemlich cool. Er kennt Asuka? Wusste ich gar nicht. Über Grillkäse reden? Ja, dann reden wir jetzt über Grillkäse. Warum nicht? Und nochmal! Au! Das wird nicht. Das wird einfach nicht. Ich werde den jetzt nachhören. Ihr wird die Nachbarn tratschen. Und dann möchte ich, dass... ...hier und da hingeht. Wo ist die denn jetzt hin? Tanzen? Okay. Was läuft hier denn für Musik? Oh, sie kann jetzt tanzen. Ja, das ist auch eine neue Fähigkeit. Sie könnten vielleicht hier auch mal... Oh, leckt doch nicht. Oh. Ich habe gedacht, so geht es weiter. Das könnte man vielleicht auch als Femme hernehmen. Ja, ich mache sehr viele Fotos. Ich mag das im Spielen einfach. Das ist ein Schrank. Ich habe die Farbe in die Hand. So. Ist okay. Arschbombe in den Pool machen. Nein, nein. Du ziehst dich jetzt mal richtig an. Outfit Ende Alltag. Und dann gehen wir mal... Kann man mal kurz drehen. Da so ein bisschen raus. Ich finde hier... Was ist das denn? Paolo Rocca. Hallo, Paolo. Wer bist du denn? Na? Hübsch ist er nicht. Und er ist... In den Party Peoples und in den Fitness Freaks. Okay? Aber ich möchte, dass ihm mal dahin geht. Ich glaube, das habe ich ja auch noch nie hier in Sims Radio gehört. Aber diesen Sender höre ich auch nie. Woo! Haha! So, wir folgen aber mal ihm. Ich habe nämlich vor, hier hin zu gehen. Und... Warum kein Lagerfeuer geht? Ist ja egal. Lagerfeuerkomposition. So ein Marshmallow-Melodie. Des Wanderers Weise. Dann spiel mal. Sing kann sie nicht. Oh Gott, oh Gottchen. Das wird nichts, glaube ich. Okay. Ich finde sie sehr, so unglaublich hübsch. So. Wer ist das denn? Da hinten. Johnny, schwarz. Das ist der Blonde aus... Wie heißt denn diese zweite Stadt? Ich weiß nur, dass sie ziemlich viel Kohle hat. Ja, man kennt so einige NPC-Sims schon, wenn man dieses Spiel spielt. Das Spiel ist ja auch schon seit einer ganzen Weile draußen. Aber sie kann ja mal Hallo sagen. Warum nicht? Wir gucken mal, wie wir uns verstehen. Was macht Asuka? Oh. Mitchell. Hallo, Mitchell. Na komm. Sag mal Hallo. Warum leckt das denn jetzt gerade so? Das ist ja nicht schön. Hallo. Warum ist er denn beschämt? Kann man irgendwas machen, um ihn aufzuhaltern? Andere Sims. Nach anderen Sims-Fragen? Erik Lewis, Geoffrey Landgraab, Eden Montgomery, Samantha Phoenix. Frag mal nach Mariah. Die haben wir ja im Nächsten kennengelernt, im Café. Oh, B. Also. Das ist hier doch kleiner Grusel, oder? Alexander Grusel. Nicht singen. Dag, dag. Ja. Vielleicht singen wir lieber nicht. Lieder singen. Versuch's mal so. So, so. Okay. Okay. Und ich schütze die ganzen Leute, um mich da mal rumversammelt hab. Vielleicht geben die mir ja aus Mitleid irgendwie was. Na, kriegen wir's noch hin? Na? Na komm, mach aus hier. Mach aus. So. Na los. Spiel. 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 Stehen da? Yeah. Oh, da hab ich... Da war das Erste. Trinkgeld. Oh Gott. Oh Gott. Das wird gar nichts. Oh Gott, guck mal die Aussicht da hinten. Ist das... Oh mein Gott, ist das schön. Lasst mich hier mal ein bisschen rumwundern. Ist das schön. Oh Gott. Ich meine... Oh mein Gott. Oh Gott. Oh Gott, ist das schön. Sorry, aber... Ist das wunderschön. So, und dann noch ein Screenshot. So. Ihr könnt ruhig noch ein bisschen was reingehen. Oh, da ist aber jemand. Oh. Okay, wir lassen sich hier jetzt noch fertig machen. Dann würde ich sagen... Ja, wir fragen noch nach ihrem Tag. Machen wir einen Polizistenwitz. Freuen uns halt noch ein bisschen mit Samantha an. Ich möchte, dass die sich gut verstehen. Teilen wir noch ein Ideen mit. Von Schauschwärmen. Können wir ja auch noch machen. Freundlich von einer Schauschwärmen. Ich weiß nicht, was das ist von einer Schauschwärmen. Aber was wir mal machen können, ist... Das finde ich nämlich auch immer richtig toll. Ähm... Nein. Foto machen mit. Und zwar mit Samantha. Na los. Das ist voll jemand flötty drauf gerade. Was möchte sie machen? Oh Gott, nein. Nicht sich grob vorstellen. Wer bist du denn? Dich kenne ich ja noch gar nicht. Ein Erwachsener Björn Bergson. Oder so. Möchte sie machen? Jemand einen schmutzigen Witz jetzt sehen. So random. Zu jemandem gehen und... Ich habe da einen schmutzigen Witz. Marco Sommer. Wer ist Marco Sommer? Da gucken wir mal hin. Hallo, Marco. Guck mal. Ah! Guck dir. Der ist ganz schön wütend. Warum ist der wütend? Also mit... Alissa... ...kommen wir nicht gut zurecht. Sag dem mal. Der ist ein Stammgast. Sag dem mal Hallo. Sag dem mal Hallo. Na? Hallo? So. Ich habe dich zwar gerade erst kennengelernt, aber... Ich möchte dir jetzt einen schmutzigen Witz... Oh, ja stimmt. Das Selfie. Hat jetzt aber lange gedauert, dass die das Selfie gemacht haben. Machen wir das so... Gucken. Jetzt mal ohne Blitz. Dann könnte man mal noch einen Falter... Oh, das sieht ja cool aus. Hm. Warum nicht so? Nee, das ist nicht so. Guck mal, ein bisschen heller noch. So. Oh, hat die Fotografie? Oh Gott. Es ist gelangweil. Nein, du solltest ihm einen schmutzigen Witz erzählen. Ähm. Was? Nein. Hör auf damit jetzt. Wir machen das anders. Ich glaube, das findet man nämlich unter lustig. Schmutzigen Witz erzählen. Oh. So. Hey, bei mir. Hey, Finn. Bin für Herb. Dippelwiss war's. Aha. Ha, 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 ha. Dui. Oh, oh. For Roby. For Roby. Wicky, wicky. Wack, wack. Ha, ha, ha. Fanden sie alle gut. Sie möchte. Jetzt. Jemanden bitten eine... Nein. Ach, bitte. Nein. Kalt duschen. Das ist eine Idee. Wir gehen jetzt kalt duschen. Dafür aber... Sagen wir auf Wiedersehen. So. Sag mal auf Wiedersehen. Dag, dag. So. Dafür enden wir die Gruppenversammlung. Und dann gehen wir jetzt heim. Das dauert jetzt aber, bis er die Karte aufruft. Also irgendwas stimmt hier echt nicht. Wobei die FPS sind jetzt gerade erst mal bei 21. Also eigentlich müsste das relativ flüssig laufen, aber... Das steckt man nicht drin. Wo wohnen wir? New Quest, ne? Gehen wir jetzt so nach New Quest. Unser Haus. Und da gehen wir jetzt hin. Natürlich nehmen wir Asuka mit. So, ich trinke noch mal einen Schluck. Entschuldigung. So. Ach ja. Also bei den Light Screens hat er auch ein paar Probleme da. Jetzt gerade eben waren wir bei 6 FPS. Also was da nicht richtig funktioniert, weiß ich nicht. Ich möchte aber auch nicht die Grafik oder so runterstellen. Ich glaube, daran liegt das auch gar nicht. Vielleicht ist mein Laptop auch einfach nur zu alt. Ich hoffe es nicht. Ich hoffe, dass ich die noch eine ganze Weile benutzen kann. Aber da steckt man auch nicht drin. ...